Ich hab gedacht, mit meinem Schamanengebrülle könnte ich ihn, äh, ihn fortwünschen, sagt man das so, ihn fortzaubern. Wir haben doch Formcraft dran. Da oben kämpft er gerade. Sag mal, irgendwie treffe ich gerade nicht mehr. Und ich bin nicht betrunken. Nein, bin ich nicht. Könnte er sagen, was er wollte. Ich bin nicht betrunken. Und warum sollte ich auch betrunken? Ich hab doch gar nicht gemacht. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Wer fängt das schon mal? Wieso geht die Tür nicht auf? Ah! Drecksal. Sag mal. Das wird jetzt aber ernsthaft zum Problem. Da muss ich wohl mit meinem Hausmeister mal reden. Der soll mal das Dach hier fertig machen. Hm. Aber ich hab doch seit... 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 Torg... Ich hab immer noch keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Also lass mich mal... Bitte... Wo sind die Dinger? Da... Da... Wo sind die jetzt da? Wo sind sie da? Wo sind die jetzt? Vier Code. Ich möchte jetzt bitte in schwarz und in rot. Und so... Waren das vierer Blöcke? Ne, das war neuner. Bäh. Boom. Was kann man jetzt eigentlich alles mit dem, äh... Zycraft-Mod machen? Äh... Mod... Zycraft... Der dürfte ganz... Hallo? Mod... Zycraft... Mist... Mistcraft... Obsidian Pressureplate... Portal... Gut, ist mir egal. Ich guck jetzt nach... Was man für ne Portal Gun braucht. Ich hab ja den Nether Star. Portals... Beste Hölle? Versucht da jemand mein Haus anzuzünden, oder was? Hm. Na gut, äh... Portal Gun. Ich brauche Obsidian und ein Miniature Black Hole. Dafür bräuchte ich Ender Pearl Dust. Und Ender Pearl Dust kriege ich von Ender Pearls. Wie viel Ender Pearl Dust habe ich denn? Vier. Ich brauche acht. Gut, warte mal. Wie viele Dings habe ich? Drei. Ich muss mal auf Monsterjagd kurz mal gehen. Was zur Hölle macht der bei mir in meiner Mine? Tag. Äh... Zack und zack. Was zur Hölle ist das? Die ganze... Ich muss mal ganz kurz nachgucken, ob meine Mining Turtle noch da ist. Weil wenn jemand nicht mit mir redet, vertraue ich dieser Person nicht. Also... Mal ganz kurz nachgucken gehen. Stört ja hoffentlich keinen. Perfekt zum Evil Genius Main Theme. Flupp. Ach ja, stimmt. Vielleicht hat er sicher durch Diamanten gegraben. Also meine Mining Turtle ist noch da. Das ist gut. Hast du Diamanten? Nö. Hätte mich aber auch gewundert. Gold. Gold. Gut. Damit kann ich mir dann bald eine Gold Chest machen. Hier haben wir noch Eisen. Nachher, wenn ich die Aufnahme mal noch mal pausieren werde, beziehungsweise beenden werde, werde ich Kohle farmen gehen. Beziehungsweise, wenn ich die Code davor noch mal brauche, werde ich es natürlich noch in der Aufnahme machen. Weil ich muss ja nicht immer vollständig alles, jede einzelne Minute, die ich jetzt hier auf dem Server bin, aufnehmen. Hallo? Guten Tag. Mein Name ist Professor Doktor Spinkelmann. Ja, mein Name ist Spinkelmann jetzt. Ich heiße nicht mehr Sparic. Jetzt heißt ich Spinkelmann. Stimmt's, Doktor? Ja. Mein Hals. Mensch. Doktor, ich glaube, er ist tot. Auf jeden Fall redet er nicht mit mir. Ah, ich hasse es, wenn jemand nicht mit mir redet, wenn jemand trotzdem da ist, wenn man nicht mit mir redet. Vor allem noch mal auf meinem Server ist und nicht mit mir redet. Und es regnet immer noch hier rein, sonst sind meine Diamanten noch da. Ja. Das ist gut. Äh, falscher Block. So, äh, Futter. Kack, die gehört da auch mit rein. Ist pflanzlich. Boah, durch den Regen leckt das aber ganz schön. Irgendwie. Was wollte ich eigentlich jetzt machen? Ach ja, Monsterjagd. Hm, ich hab Eisen. Das ist gut. Damit kann ich mir nämlich... Ich pack jetzt mal kurz alles hier rein. Wir wollen mich jetzt nur auf Monsterjagd gehen. Außer dann natürlich das Eisen. Das Eisen brauche ich. So, ich brauche einen Helm. Einen Helm. Schuhe. Und eine Hose. Zack und zack. Zack, zack, zack. Jetzt brauche ich was zu essen. Oh, ich brauche Minium Shards. Boah, man sieht ja gar nichts bei diesem Wetter. Aber da es halt regnet, dürften halt Monster überall sein. Da haben wir schon eins. Ach nee, ist nur ein Schwein. Können Schweine eigentlich auch Minium Shards drücken, äh, droppen? Weiß ich gar nicht. Ich renne jetzt gerade ernsthaft mehrmals in mein Haus. Okay. 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 Ist in Ordnung. Da hinten ist Öl. Das läuft aus. Ich glaube, da hatte wer ein Ölleck. Badum. Oxebrillen. Wieso spawnen keine Monster, obwohl es regnet? Spiel doch auf normal. Oder spawnen die dann nur auf Hard. Hm. Na, muss ich halt warten, bis es Nacht wird. Da hinten sind Pumpkins. Pumpkins. Pumpkins brauchen wir auch. Marbled Bees haben wir da. Also Marbled Queens und Drones und whatever. Erstmal was zu futtern. Noch schlachten. Gibt alles EP. Deswegen. EP und Essen. Was ist da noch besser? Natürlich EP, Essen und Minimum Shards. Auf ins Schneegebiet. Wo es immer noch schneit. Und da, wir gehen noch mal. Ach. Ich wusste gar nicht, dass der Schnee bei, äh. Pureby, bei, äh. Sucks so schön ist. Das ist aber schön. So. Drei Pumpkins dürften reichen. Ab in die Wüste. Dann regnet es ja nix. Weißen's nicht. Suchen wir uns unsere Pyramide. Beziehungsweise eine Pyramide. Wir haben ja noch keine. Kommt das nur mir so vor? Oder sieht das Wasser irgendwie scheiße aus? Das liegt wahrscheinlich daran, da ich kein Optifine drin habe. Dass das Wasser nur jetzt hochgepixelt ist. Hallo Desert. Äh. Wie heißt ihr? Bees. Genau. Bienen. Bienen. Ich wollte gerade irgendwas anderes sagen. Ich wollte gerade Desert Bitches sagen. Aber Bitches sind ja Hündinnen. Wenn nicht bitten da. Skelett. Meere. Und ein Angry Zombie. Das heißt, du kannst mir ein Gehirn geben. Ah. Ja, stimmt ja. Angry Zombies waren schnell. Bäh. Warte mal. Was bist du da für ein Schlauer? Stellt sich auf den Kaktus. Auch gut. Warum auch nicht, ne? Ja, stimmt eigentlich. Warum auch nicht? Warum sollte er sich ja auch nicht da draufstellen? Was zur Hölle? Wieso ist da hinten Wasser? Also, wieso breitet sich das Wasser immer weiter aus? Oh, fah, sind das große Bäume. Och, nö. Da regnet's. Dann ist es auf jeden Fall ein Zombie. Den sehe ich jetzt schon. Och, nö. Hier regnet's. Ach, du bist ein normaler Zombie. Angry Zombie wäre mir aber lieber, du. Ja. Gibt mir einfach gar nichts. Auch in Ordnung. Boah, das leckt aber ja. Obwohl es gar nicht mehr regnet. Wahrscheinlich, weil er gerade... Wisps. Wispspawner. Wispspawner. Wisps. Wisps. Da oben drauf auf dem Bärsch. Ufft Bärschruf, du. Gutfried. Ne, Manfred. Gutruhen. Wir haben einen neuen Wispspawner. Aber was leckt denn das jetzt? Willst du mich verarschen? Ich hatte gerade nur 10 Frames. Ich sag's dir, die simulieren. Das hat alles mit den Illuminaten zu tun. Wieso bist du nicht gesprintet? Gesprintet, sagt man das so? Warum bist du nicht gesprintet? Nicht gesprintet. Weiß ich gar nicht. Hallo, du sollst da hoch, Gottverdammt. Oh, ne Biene. Au. Ja, ist in Ordnung. Ich verpiss mich doch schon. Du bist eindeutig zu aggressiv, mein Lieber. Muss ich gehen mal zum Anti-Aggressionstraining. Ist der Typ immer noch da? Ja. Hm. Gut. Ich find ihn immer noch creepy. Da er nicht redet. Hier sind Rubber Trees. Auch gut. Muss ich mir merken. Okay. Okay. Ah. Hallo, Schlo. Oh, uh, uh. Uh, uh. R-Sharts. Glaube ich zumindest. Oder Eissarts. Weiß ich gar nicht, ob's die gibt. Deswegen... Deswegen frage ich so blöd. Lasst mich. Ich darf das. Ich darf das. So. Spring, 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 spring. Ich will doch nur nach Hause. Sind nur 200 Meter. Ah, jetzt sind ernsthaft nur 200 Meter? Hm, mir soll's recht sein. Hopp, und hopp, und hopp. Und... Nach unten... Da ist ein Creeper. Hoffentlich gibt der uns weitere Shards. Weil ich will unbedingt... Den... Die Kugel... Halt. Ja, einen weiteren Shard, oder? Ja, einen weiteren Shard. Ich hoffe, wir brauchen acht. Oder so. Nein, nur ein Knochen. Mich würde mal interessieren, wo der sein Haus baut. Weil hier nicht gerade eben da sind, Creeper. Die Dinger tarnen sich. Nee, du... Gehst jetzt nicht hoch, ne? Gut, dann gehst du eben hoch. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? So, haben wir zufällig hier irgendwo bei mir noch Zombies, Creepers, Skelette, Spinnen. Spinnen sieht man weniger. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Wieso gibt's nämlich keinen Shard? Da hinten sind Zombie und noch ne Spinnen. Ja, da hinten sind schwer Minnie am Knochen. Sageny.